Nach einem solchen Genuss genieße ich einfach weiter. Der Genuss geht weiter. Vielen lieben Dank. Sie sehen schon, mein Gehtag geht weiter. Der Gartenzauber, der Genuss oben auf der Massagebank und jetzt kommt der Genuss für den Gaumen. Hier wird verwöhnt. Das hier, diese Vitaminbombe, das ist der Gartenzauber-Salat. Und den gibt's wo? Hier im Charivari, direkt am Chorpark, direkt Montemarie, direkt am Gartenzauber. Also, kommen Sie, machen Sie sich auch einen Gehtag. Kommen Sie zum Gartenzauber nach Schliersee, 26. bis 29. Mai. Und wir alle freuen uns auf Sie.